Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde COD4. Wir spielen mit der M14, gewünscht von Kevin Persia. Auf Broadcast. Und glaub mir, mein Freund, da oben wirst du nicht glücklich. Klick. Ähm, Broadcast. Ihr wisst es, eine meiner Lieblings-Maps. Damals meistens auch unsere Map, die wir uns für Wars rausgesucht hatten. Aber das ist schon lange her. Und da hatte ich keine M14. Nicht, dass die M14 schlecht wäre, um Gottes Willen. Ganz gute Waffe. Aber hat halt doch so ihre Nachteile. Natürlich, wie immer, wenn ihr Wünsche habt, schreibt sie mir. So gut wie alles wird gemacht, bis auf S&D-Wünsche. Ich mag S&D einfach nicht. Aber das kennt ihr schon. Ansonsten wäre es natürlich verdammt cool, wenn wir auf 100 Wünsche kommen würden. Und dazu brauche ich euch. Böö, toll. Wo setze ich das Ding jetzt hin? Hier komm. Irgendwo. Mitten in die Pampa. Why not? Ich muss nur gucken, wenn ich mich nicht selbst töte. Ah, hier kommt keiner mehr. Dann laufe mal weiter. Kein... Wow. Natürlich. Ich sage, es kommt keiner mehr und dann kommt einer. Und dann werde ich da drin gespawnt. Wow. Manchmal muss man die Logik von COD4 nicht verstehen, glaube ich. Ach. Schlecht von mir gemacht. Ehrlich zu sein. Hätte ich nicht noch sprinten sollen. Gucken, wenn da hinten im Computerraum einer gewesen wäre, hätte er mich eigentlich wegschießen müssen. Aus dem Bad. Aus dem Bad. Oh, da oben ist einer von mir. Hast du es, wenn ich hier irgendwo festhänge, ne? Okay, ich schüsse jetzt eher auf meiner rechten Seite, also auf der Seite hier. Ah, ich bin eine Spray-and-Pray-Waffe. Es ist gerade die Frage, wo die Gegner spawnen. Von wo kommen sie? Wieso smoken sie uns denn alles zu? Noch einer unter... Von draußen. Nein. Unten hier. Äh, unter mir meinte ich. Und einer gegenüber. Schade. Schade. Das wäre schön gewesen. Das wäre eine schöne... ...kleine Dinge gewesen. Die Runde ist auch schon wieder fast um. War leider nicht so lang. Tut mir leid. Aber... Wie gesagt... Du hast gerne noch einen Wunsch da. Ich freue mich immer wieder über Wünschen. Und natürlich, wenn ihr günstige Games wollt, dann schaut mal bei MMUGA rein. MMUGA. Link ist in der Beschreibung. Vielen Dank natürlich nochmal für den Wunsch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.